Foodspots in Düsseldorf, die ihr unbedingt ausprobieren müsst. Nachdem wir ausgiebig geshoppt haben, sind wir bei Edori gelandet. Dort gibt es richtig leckeres indisches Essen. Man kann zum Mittagstisch einen richtig guten Probierteller mit verschiedenen Spezialitäten bestellen. Danach ging es direkt weiter zu Takumi Chicken & Veggie. Dort gibt es auf jeden Fall das beste Rahmen in ganz Düsseldorf. Wenn ihr eine Sache ausprobieren wollt, dann auf jeden Fall das. Zum Abschluss haben wir uns noch einen Bubble Tea bei OneZo gegönnt. Da gibt es handgemachte Tapioca. Die waren richtig nice.